Herzlich Willkommen liebe Community, ich bin's euer Tom Paris und heute präsentiere ich euch Tipps und Tricks zum Single Player Modus in RAM. Ja, das ganze wird wie folgt ablaufen, ich werde euch jede Map Abschnitt für Abschnitt erklären, auf Probleme hinweisen, die ich während meiner Versuche hatte, so dass ihr sie später dann nicht mehr habt. Ansonsten gebe ich euch auch noch Tipps und Tricks zu Stellen, die ein wenig knifflig sind, das werde ich dann extra ansprechen und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß und Happy Rumping! Ja, diese Map ist nicht besonders schwer, hier einfach mit dem Doppelsprung die Münze einsammeln. Jetzt wird's ein bisschen knifflig hier mit dem Single Sprung drauf, hier dran vorbei, die Münze einsammeln, Single Sprung und dann, ja, ihr seht's. Dann da oben die Koine einsammeln, ja. So, und dann einfach den Weg nach und, ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Hier kommt man ganz gut, da kann man auch ohne hängen bleiben drauf. Hier nochmal auf die Lampe und ab in den Booster. Und fertig ist auch die Map. Ja, wie gesagt, die Map ist nicht besonders schwer. Jetzt kommt nochmal mein Speedrun. Viel Spaß dabei. Euer Tom. Ciao! Oo Uhh Yeah Money Huh 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 Make it rain Yeah U Oh, yeah.